Hallo zusammen, ich bin Britta Brechtefeld von Pilates Bodymotion und ich freue mich euch heute eine neue Stunde präsentieren zu dürfen, in der es um Flexibilität geht, um Flow und auch ein klein wenig um Kraft. Und dann spürst du wahrscheinlich, dass die Rotation hier nicht ganz so weit geht wie in die andere Richtung und deswegen nutzt du für eine Verlängerung und mehr Rotation die Ausatemphase. Ein Arm geht nach vorne, schließe mal so deine Unterschenkel, dann hast du noch so ein bisschen besseren Kontakt und dann öffnest du beide Seiten, beide Arme zur Seite, wieder vor, nochmal hoch, wieder vor, beide Hände wieder hier oben sind, zieh dich richtig raus, komm in die Länge, sehr gut, beuge das Knie, sinke zusammen, atme ein und ausatmen, streckst du dich wieder. Einatmen, beug und ausatmen, streckst du dich hoch.